moin moin und willkommen auf meinem kanal ich bin hermann und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute im einsatz habe ich die cool life ph 960 w die e-seeker ig 220 und die ig 400 alle aufnahmen stammen aus der zweiten hälfte des augustes aber bei der sichtung der aufnahmen musste ich leider feststellen dass die ig 220 ein problem hat dazu hatte ich schon einen kleinen short gemacht und ich habe hinweise bekommen wo dran es vielleicht liegen kann also an der sd karte hat es wohl nicht gelegen das konnte ich schnell ausschließen durch einen test wo meine katze wieder als model darstellen musste oder da halten musste es wird wohl eher da dran liegen dass vielleicht die luftfeuchtigkeit zu hoch war oder wie sogar markus schrieb dass die ig 220 eine kleine die war ist ich werde es mal weiter beobachten ein kleines problem habt ihr gerade schon gesehen sie ist sehr rot stichig und das rausch verhalten ist manchmal sehr hoch das werdet ihr dann auch noch sehen in den weiteren aufnahmen aber jetzt werde ich mal nicht weiter sabbeln und lass euch die aufnahmen genießen die vor die wir da waren und dann werden wir hier noch ein bisschen woggen die in der sichtung der sichtung der sichtung der sichtung die aus im Vielen Dank. 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 Also das große Rauschverhalten, also die Bildqualität ist sehr schlecht, aber da kann ich jetzt leider erstmal nichts machen. Ich werde es weiter beobachten, wie schon gesagt. Und es wird eine Serie von diesen Aufnahmen geben, also drei weitere Videos werden noch folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Darum bitte ich euch wieder liken, kommentieren und wer neu ist, hier natürlich abonnieren. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.